Papi, kannst du in der Ferie wieder die Hand ins Wasser machen? Ja, mal schauen, wenn wir so weit runterkommen, ja. Kann man schon schauen, dass wir das machen. Kann man so machen? Tschüss! Tschüss, Grandpa! Schau, jetzt gehen wir hier ein bisschen zurück. Komm, ihr könnt nachher die Leute aussteigen. Können wir ein bisschen hinterher? Schau, da müssen die Leute aussteigen.